Yvonne Wölke kann es einfach nicht lassen. Seitdem Iris Klein die verbotene Liebeschauspielerin vor einigen Monaten beschuldigt hatte, mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein eine Affäre eingegangen zu sein, liefern sich die beiden Frauen eine öffentliche Schlammschlacht im Netz. Vor wenigen Tagen sprach Iris in einem Interview über ihren neuen Freund. Jetzt schießt Yvonne erneut gegen die Brünette und behauptet, Iris lügt von vorne bis hinten. Ich habe mir das Interview noch einmal angeschaut und ich bin zum Entschluss gekommen, dass mehr als 70% nicht der Wahrheit entsprechen, ist sich die 41-Jährige sicher. Außerdem unterstellt sie der Mutter von Daniela Katzenberger, sie hatte auch schon vorher Kontakt zu ihm. Der Typ darf angeblich alles, sogar mit anderen Frauen schreiben. Yvonne sei sich sicher, dass alle Lügen von Iris früher oder später zum Vorschein kommen werden. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner ließ auch Peter kein gutes Haar an seiner Verflossenen, denn der 56-Jährige beteuert noch immer, Iris niemals betrogen zu haben. Durch das Kontrolle-Ende-Verhalten des Reality-Stars habe er sich wie ein Hund im Käfig gefühlt. Seit dem Ende der Beziehung fühle sich der TV-Star endlich wieder frei. Nachdem der Beziehung stets von Zeit